Also ich persönlich jetzt glaube, dass die FIS das Beste war, was in unserem Sport jemals passieren konnte. Ich habe nicht so gerne Fast Food, also ganz und gar nicht. Ich schaue, dass ich mich relativ gesund ernähre, nicht nur, weil ich irgendwie auf meine Linie schaue, sondern mir taugt es einfach und mir schmeckt es auch viel besser. Also ich würde sagen lieber der Campingbus. Ich habe gerne mehr Ruhe und ich habe nicht so gerne Fünf-Sterne-Hotel, wo da, ja, wenn ich in die Schuhe dreckigse oder so, dass es nicht passt. Also das habe ich auch nicht so gerne. Genau, also gewinnen ist für mich nicht alles eigentlich, ganz und gar nicht. Wie ich Bescheid kriege, dass ich jetzt Olympische Spiele fahren darf. Es war jetzt schon ziemlich... Und generell die Olympischen Spiele waren irgendwas ganz spezielles. Also das kann man nicht mit X Games oder mit irgendwas vergleichen. Das ist ganz besonders. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.